Warendorf aufgepasst. Da kommt was auf uns zu. Größer, lauter, gefährlicher, zerstörender als alles, was man sich für Warendorf vorstellen kann. B64N, eine Straße als Verbindung zwischen Münster und Bielefeld. Autobahn ähnlich. Direkt hinterm Gartenzaun. Drei Spuren. Am Hanse fehlt hier sogar. Fünf. Tempo 100. 19 Brücken. Und Lärmschutz? Nicht der Rede wert. Und in den Bauerschaften? Da kommt nix. Und was haben wir davon? Lärm den ganzen Tag. Und die ganze Nacht. Warendorf und Freckenhorst? Werden getrennt. Für immer. Höher. Schneller. Breiter. Nur für den Fernverkehr. Aber nur Murks für uns Unternehmer. Eine Katastrophe für uns Landwirte. Nachteile für uns Anwohner. Und für uns. Und ich sag von Anfang an, das ist eine scheiße Idee. Was das Klima angeht, sind wir am Arsch. Wir sind auf die Straße gegangen. Für eine bessere Welt. Für ein besseres Warndorf. Für unsere Kinder. Wir brauchen einen Ausbau des ÖPNK. Die Erhaltung von Natur und Umwelt. Und die Bewahrung der Schöpfung. Lasst uns diesen Quatsch stoppen. Am 13. September ist Kommunalwahl. Mit 16 könnt ihr wählen gehen. Also geh wählen. Wenn wir. Und wir. Und wir auch. Und wir sowieso. Wir haben es in der Hand. Die Wählen. Wir liegen. Und wir wärmen. Ich meine. Und wir haben es in der Komp Bett. Wirkliche Zeit. Überrasch. Würde ich den Kampf. Wirkliche Zeit. gonna sein. dissolve. Wirkliche Zeit. Wirkliche Zeit für Anwohner. Wirkliche Zeit für Pawelle. 1. 2. 3. 11. 12. 13. 15. 16. 15. 15. Untertitelung des ZDF, 2020